ja ja besorge die zutaten vom krim tiger ich bringe den schädel eines schneefelds vernichte die hauertrollpürcher zerstöre die trollhütten läuft wo ich noch so machen bitteschön da geht es raus und wenn du dann auch bei der rotmähöhle das sagst du bescheid dann komme ich noch mal kurz zurück nach mal wieder eine gruppe öffnen können okay oh 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 ja ungreifs ja das ist das falsche ziel oh 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 Das ist das falsche Ziel. Du weißt nicht zufälligerweise wo der Kungalsberg ist, oder? Also die Quest heißt, das Handelstalent der Koala-Kender in Leer. Warte mal, ich gucke kurz bei den Quests rein. Doch, das ist seitlich hinter dem Ding. Du siehst das ja auf der Karte und da kannst du dir eine Markierung setzen. Das wird dir dann angezeigt auf der Minimap. Ne. Hä? Also wir sind... Warte, ich komme mal zu dir. Ähm, du bist doch in Christens Lager. Hm. Äh, hallo? Wichtige Nachricht. Okay, wieso konnte ich mich jetzt nicht teleportieren? Ah, ne. Ich sehe ihn, keine Sorge. Ich bin einfach nur. Okay. Okay. So. Jetzt müsste man nämlich in der Aufnahme auch wieder besser hören. Okay. So. Das Hammer. Ach Gott, was ist denn das für ein Schwein? Krang. Ah. Ach. Okay. So. geht es hauptsächlich ums kämpfen bei den Quests. Oh, geil. Falscher Weg. Das ist eigentlich, wenn du vorm Lager stehst, rechts hinten. So, den dort noch. Das ist... So, was haben wir? Schneefall-Rinock. So, zehn von den Schädeln bringen. Er leckt mich doch am Hinterteil. Was sind das für Viecher? Die däten ganz schön aus. Das ist... Ja, gut. Ach, komm, geht das Ding. Ah, ja. Ja. Das war's für heute. 4 von 10 Schädeln. 4 von 10 Schädeln. Keine Ahnung, wo's hier weiter geht. Das ist da, genau. 4 von 10 Schädeln. 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 4 von 11 Schädeln. 3 von 11 Schädeln. 4 von 11 Schädeln. 4 von 11 Schädeln. Oh, warte! Ich muss mich verarschen. Ich muss jetzt noch mal zurücklaufen, um mich zu der Ballierung zu können. In- und Ansteinfragment... Sieben... Es laufen genau zehn so eine Fischer rum. Life. Ja. Ach ja, reiche Elfmeer. Ey. Das ist das falsche Ziel. Also, wenn ich jetzt das unter dem Video lese, dann weiß ich, woher das kommt, Alter. Was ist das? Passiert. Ja, toll! Das ist kein gültiges Ziel. Ähm... Da wirst du es wahrscheinlich, bei der Rot-Rumäne-Höhle. Genau. Ich muss jetzt sowieso mal kurz zwei Quests abgeben. Ach, spielt in Beloslani Regions-Quests durch und erreicht Stufe 32. Wenn ich drüber bin, bin ich gerade 29. Genau. Ich bin schon Level 30, deswegen mache ich ja die Neben-Quests. Damit ich schneller leveln tue. Oh Gott, was ist denn das für eine Kacke, du. Deswegen habe ich mit Cissi noch geguckt, bevor sie offline gegangen ist, wo man noch Neben-Quests machen könnte. Ja. So... Wenn du dich hierher teleportiert hast, sagst du Bescheid, denn ich stehe hier gerade am... Äh... Teleporting ins Moments. Hm. So, warte. Hm. Rot-Rumäne-Höhle. Die G.M. muss 21 Sekunden warten noch. Passiert... Frühes Spiel. Euer Ziel existiert nicht. Warum wollen die uns so lange wie möglich in diesem Spiel halten? Äh... Damit man Spielspaß irgendwann verlieren tut. Äh... Äh... Aber egal. Ich spiel das komplett durch. Ach ja, ey. Ja. Nee, hör auf mich zu stalken. Hahaha. Perfekt. Was wünscht ihr? So. Puh, ich bin schon Level 31. Wow. Ja. Ja. Die Quests machen. Ich hab grad mal eh eine Quest davon gemacht. Also die lohnen sich auf jeden Fall. Äh... So. Gesorgt zu haben. Ähm... Willkommen. 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 Ja? Hm. Und... Also du kannst hier vier Quests anklicken und dann später noch eine fünfte, wenn du... Ähm... Eine abgegeben hast. Überbring Häuptling aka Dingsbums. Der ist hier unten. Irgendwo dort. Oh Gott. Siegfried. Moin. Aber stell dich drauf ein. Die Viecher haben es in sich. Die halten mehr aus als die, ähm... Tessys Lager. Mensch. Ich hab doch hier irgendwo. Hahaha. Hahaha. Ich bin Level 32. So. Wo sind die Viecher? Hier hinten draußen. Wo? Ach, da hinten. Jupp. Ich komme. Und dann... Der geile Spiele sind. Der geile Spiele sind.